ja herzlich willkommen aus dem racecar series tv studio mittlerweile aufgrund der zeit wie wir sie im moment haben bleibt uns ja nicht mehr viel übrig uns live zu sehen und von daher hat sich jetzt dieses kleine tv studio hier entwickelt in zukunft denke ich mal werden wir das ein oder andere noch hier machen wer so lange um uns ein bisschen die zeit zu vertreiben heute komme ich mit einer relativ schlechten nachricht zu euch das ja auch leider nicht persönlich aufgrund von corona sondern halt hier über das tv studio ich finde es ganz witzig ich teste auch gerade mal das neue mikro ich hoffe jetzt können mich auch alle verstehen und auch demnächst den tobi gut alle verstehen es geht um das nächste rennen was wir nach vatertag eigentlich im supernorden auf der wunderschönen rennstrecke des mc munster fahren wollten ich habe diese tage mit verein gesprochen und leider ist im moment keine besserung in sicht was die corona zahlen angeht ihr kriegt sie auch in den medien mit von daher sind veranstaltungen in der größenordnung wie wir sie machen wollen leider derzeit nicht möglich ich habe immer noch die hoffnung dass es im juni bzw juli besser werden wird wir werden den termin im munster absagen und werden ihnen hoffentlich nach hinten verschieben munster ist im moment im gespräch ob sie es machen können dazu werdet ihr aber auch noch zu einem späteren zeitpunkt mehr erfahren ja diese schlechten nachrichten reißen ja leider im moment nicht ab wie man sieht jetzt gibt es auch noch lockdown beziehungsweise ausgangssperren ihr müsst alle zu hause bleiben ist nicht schön aber ich bin zuversichtlich dass ich diese ganzen tollen karosserien die über den winter gemacht hat und der ein oder andere jetzt in der zeit wo er ja eh relativ viel freizeit hat auch noch an karosserien da an ist was sehr schön zu sehen ist ist dass einige persönlich oder selber karosserien lackiert haben die wirklich sehr gut geworden sind an der stelle ist ein schöner weg ich freue mich auf das erste starterfeld mit diesen wundervollen karosserien und würde mich freuen euch an der strecke dieses jahr noch mal wieder zu sehen wir werden es irgendwie hinkriegen und wir werden es schaffen und wir werden schon ein highlight bringen und ja euer racecar series team freut sich auf euch und wir hoffen wir sehen uns bald alle wieder an der weißen linie bis dann macht's gut euer thomas ja